Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal mit meinem Vulpera Jäger. Wir sind ja jetzt hier am Südwachttor. Da haben wir ja letztes Mal aufgehört und dann geben wir doch mal die Quests ab. So, gib drei Quests ab. Genau, wir müssen uns ja jetzt hier aufs Feld setzen und müssen warten, bis die Leute kommen und den Quests verteilen. Ja, bin ja mal gespannt. Die erzählt mir jetzt gerade mal einen. Und da kommt einer. Sieht wie ein richtiger Gewinner aus. Naja, mal gucken. Genau. Kackbun. Hi, Hilfe. Hallo. So, vielleicht solltet ihr... Genau. Oh, wartet mal. Norden, verstanden. Danke. Tschüss. Tschüss. Ähm... Okay. So, Kackbun ist weg. Orkos, der Königsbruder. Was ist so noch da geht ihr eigentlich ab? Na, dann komm ran hier. Ich hab' auch ne Quest für dich. Mach das. Wir sehen, glaube ich, gerade jetzt hier alles doppelt, weil noch jemand hier auf dem Mount sitzt. So, jetzt kommt Jommy, wie immer. Hi. Wir werden siegen. So, also ich lese es jetzt nicht alles vor, das hatten wir ja alles schon mal. Aber ich war schon mal stolz. Tschüss, Jonny. Wir sehen uns später, wenn ich dich befreie. Oder rette. Ja, ja. Hau ab. Der hat mir gedroht, habt ihr gesehen? Ja, ja. Ach, ich hab schon wieder das Makro vergessen. Na, egal. Uh, blaue Hände. Ja, schick. Ich meine, anderen sind aber besser wie die hier, ne? Ja. So. Ach so, Schatz. Alles klar. Jäger sind gerade in Mode, kann das sein? Krabbeleier und Beeren. Beeren. Ach so, wir haben die Quest schon. So, die Quest war ja gleich hier vorne. Hier vorne rechts. Wir kennen das ja alles schon. Wir haben das alles schon mal gemacht. Habe ich mir eine Radiensuche an? Ja, haben wir an. Das heißt, wenn wir irgendwo Erz sehen, werden wir... ...dub Erz auch... So, die Spinnen waren ja... Genau. Mit den Spinnen brauchen wir nichts machen. Es wäre schön, irgendwas zu haben, womit man das schneller machen könnte. Ne? Die Rande. Schlange ist aber... Oh, wir haben schnell plündern vergessen. Wie man sieht, es ist alles auch ein bisschen leiser, habe ich das Gefühl. Habe ich mein Mikrofon so leise? Nö, eigentlich nicht. Muss ich gleich noch mal gucken, ob ich WoW so leise habe. So, schnell plündern. Wir sind jetzt gerade falsch. Wir müssen da hin. Das sind Add-ons. Schnell plündern. Da. Zurück zum Spiel. Letztes Mal war das Spiel zu laut. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist zu leise. Müssen wir da mal gucken. Ja, Spini macht das schon. Ähm, ich spiele nie. Meine... Hier sind auch die Minis, das sind die Haustiere. Bis dann noch, wo ich vorhatte, nur durch Hausstieg kampf zu level. Lang ist her. Kriegen wir die? Ja. Du bist schon tot. Hier brauche ich nur die Eier vom Rücken klauen. Da unten ist schon wieder Kackenbuchen. Ich muss mal gleich gucken. Warte, meine Makros... Ähm... Ja, dann müssten die doch hier irgendwo... Nee. Muss ich da nochmal extra machen. Mir fehlt nämlich das Makro für... Für, für, für... Den Jäger, was ich mal bekommen habe, von Holger. Damit ich hier... Wollte man die nicht auch runterschießen? Ich glaube, ja, ne? Das sind schon Morlocks. So, gehen wir mal gucken. Ach, da hinten ist noch einer. Hallo, Blutelfe. Na? So. Aber das... Und der Nächste. Aber alle? Ja. Aber... Machen wir nämlich erst mal die eine Quest fertig. Zack. So, fertig. Fertig. Affenbrauen noch Bären. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Also irgendwas ist mit meiner Maus grad nicht so koscher. Ich kriege auch immer die Eier ins Target, ne? Ich will nicht die Eier. Ich will die Bären. So, haben wir das auch. Erz ist im Moment... Ja, im Moment sind so viele Leute am Level. Ich glaube, es ist ganz schwierig gerade. Also, Kräuter habe ich gesehen. Aber Erz nicht. Erz scheint im Moment doch sehr begehrt zu sein. So. Gucken wir mal. Was verlangt ihr vom Tod? Jawoll. Einmal... Ich habe Account gebunden, dass ich Fippe an. Da brauche ich das auch nicht. Was benötigt ihr? Was das? Lebt wohl. Liebische. Fürchtet die Lebenden. So, das haben wir alles. Aber ich glaube, wir machen... Wie war das? Morlock verfüttern. Machen wir. Und das sind die Vorräte. Aha. Erst hier... Bliegt das was, ja? Ach, da ist ein Spieler gestorben. Nummer eins. Da hätte es noch einer. Schnell looten. Der nächste. Okay. 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 Habe ich den auch schon gelootet? Ja. Da sind Vorräte. Da gibt es nichts mehr. Muss ich in die andere Richtung. Wo hier gerade auch einer läuft. Aber ist ja nicht so tragisch, ne? So, machen wir das. Hier. So, zählt der eigentlich auch? Weiß ich gar nicht. Ja, der zählt. Ich glaube, der hat sogar einen Quetz, ne? So. Ach, die haben wir auch. Ja, dann. Wir brauchen noch... Vier... Vier Mollhawks. Schönen wir hin. Ich habe kein Ziel. So. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Wie? Dieses Ziel kann ich nicht angreifen? Was soll das denn? Ich habe ein Ziel. Zack. Haben wir. Fertig? Spiel mal noch einen Kampf. Warum? Ich habe übrigens meine Tasche ein bisschen umgebaut. Uh, wir haben... Ein Steinchen. Ne? Die ist ja Juve. Deswegen... Kriegst du immer gleich die ganzen Sachen hier. Die... 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 Was ist? Und wer seid ihr? So. Nimmst du das? Dann nimmst du das? Level ab. Ne, Schulter brauche ich auch nicht. Brust brauchen wir auch nicht. Und weiter. Wir gehen hier mal rein. Denn... Wir müssen... Kacken... Freien. Und das machen wir am besten direkt mit. Weil... Wenn wir den rausholen, der macht sowieso ihr... Ramp-Tamm. Na, der reißt sowieso die ganzen Dinger auf. Hoch. Deswegen... Obwohl, eigentlich hätten wir auf dem Handy das schon machen können. Hier mit den Fesseln. Da ist er. Kackbohnen. Haben wir. Acht Stücken müssen wir mit nach draußen nehmen, ne? Okay. Den habe ich nicht angivisiert, oder so? Wow. Das war super. Gleich Spam. Damit ich den auch ja mit nach draußen kriege. Den da anklicken. Okay, den haben wir nicht mehr geschafft. So. Immer kurz vorm Tod kriege ich sie gerade noch. So. Ich brauche doch nur einen. So. Gott sei Dank. Ist Kackbohnen noch bei mir? Ja. Kannst du mal aufhören, die Leute anzugreifen? So. Jetzt aber. Bitteschön. Dankeschön. Das war noch. In den Schlickfeldern. Machen wir. So. Die Schlickfelder sind da vorne. Und hier ist die Quest mit dem. Oh. Glaube ich. So. Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdü. Und werden uns jetzt hier reinmachen. Und machen dann nächstes Mal. Oh. Ja genau. Tarnapul erstmal alles. Und wir werden dann nächstes Mal. Hier die Schlickfelder machen. Ne. Ich hoffe natürlich. Wenn wir dann später. Zum Ork kommen. Dass der Ork nicht verbracht ist. Jetzt werden wir erstmal hier. Was verlangt ihr? Genau. Dankeschön. Erstmal Ruhestein. So meine Lieben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und auch wenn ich gesagt habe. Wir machen nächstes Mal länger. Machen wir nicht allzu lang. Weil zeittechnisch heute leider nicht klappt. Aber. Nächstes Mal. Nächstes Mal werde ich noch einen Timer stellen. Also. Bis dahin. Tschüss.